Als Antragsteller haben Sie im MPK, mein Postkorb, eine Nachricht Ihres Zollamtes erhalten, wonach eine Entscheidung zurückgenommen wurde. Da Sie Ihr Recht auf rechtliches Gehör wahren möchten, möchten Sie sich diesen Geschäftsfall im Portal Zoll ansehen. Dazu wählen Sie den betreffenden Geschäftsfall durch einen Klick darauf in der Geschäftsfallliste aus und gelangen in das Geschäftsfallcockpit. In der Sektion Aufgaben sehen Sie, dass Sie eine Stellungnahme bereitstellen müssen und betätigen in der Spalte Aktion den Button Bearbeiten. Die Folgemaske Rechtliches Gehör erfassen gliedert sich in die Sektionen Frist, wo Sie das Datum, bis zu der Sie die Stellungnahme abgeben müssen, sehen Vorentscheidung, mit der Begründung der Behörde Stellungnahme, wo Sie Ihre Stellungnahme erfassen können, sowie der Sektion Beigefügte Unterlagen. Sie befüllen nun die Sektion Stellungnahme, wobei Sie durch Betätigen der Checkbox eine weitere Stellungnahme erfassen. In der Sektion Beigefügte Unterlagen können Sie wie gewohnt Unterlagen zur Stellungnahme hochladen. Sie betätigen den Button Übermitteln und gelangen zurück ins Geschäftsfallcockpit. Haben Sie in der Sektion Stellungnahme die Checkbox Weitere Stellungnahme erfassen angeklickt, wird Ihnen nun in der Sektion Aufgaben angezeigt, dass Sie eine zweite Stellungnahme bereitstellen können. Dies können Sie durch Betätigen des Buttons Bearbeiten auch erreichen. Haben Sie die zweite Stellungnahme befüllt, gelangen Sie durch Betätigen des Buttons Übermitteln wiederum zurück in das Geschäftsfallcockpit. Ihre Stellungnahme wird an die Zollbehörde weitergeleitet und von dieser zur Kenntnis genommen. Die Behörde trifft Ihre endgültige Entscheidung. Der Hinweis darauf wird Ihnen wiederum in MPK zugestellt. Sie rufen wiederum den Geschäftsfall durch Klick auf die Geschäftsfallliste auf und gelangen in die Geschäftsfalldetails. In den verschiedenen Tab-Reitern sehen Sie nun im Tab-Reiter Auslöser eine Begründung, die zur Entscheidung führte. Und Sie können im Tab-Reiter Referenzentscheidung die Entscheidung als PDF abrufen, sowie mittels Link auf die Geschäftsfallnummer den ursprünglichen Geschäftsfall einsehen. Im Tab-Reiter Entscheidung – Tab-Reiter Rechtliches Gehör sehen Sie die Begründungen der Behörde sowie Ihre Stellungnahme. Im Tab-Reiter Ergebnis können Sie in der Sektion Beilagen zur Entscheidung die Entscheidung der Behörde als PDF abrufen. Alle relevanten Unterlagen liegen ebenso zum Abruf als PDF im Tab-Reiter Beilagen für Sie bereit.